Hallo und ich bin es schon wieder von der ILC live und dieses Mal habe ich ein paar Gäste dabei bzw. Vertriebspartner von uns, die sich angemeldet haben, die bei der ILC dabei sein können, nämlich der Martin und der Christian. So Martin, was ist bisher dein Eindruck? Hast schon ein bisschen was gesehen, hast schon was erspüren können von der Atmosphäre? Ja super, die Anmeldung war phänomenal und es waren sehr viele Vertriebspartner schon in der Rezeption, bei der Rezeption, bei den Aufzügen gab es ein bisschen ein Gedränge, aber wir haben schon sehr nette Leute getroffen und die Stimmung ist sehr gut und alle freuen sich schon auf den Eröffnungsabend in Disneyland und auf die Eröffnungsveranstalter. Danke Martin, Christian, ich muss sagen, ich kann Martin ja nur anschließen und ich finde es auch toll, dass man nach einem Jahr wieder so viele Leute trifft, die man letztes Jahr schon getroffen hat. Gerade die Holländer machen wieder super Stimmung, aber wir werden auch unseren Spaß haben. Und ansonsten, ich freue mich einfach auf die neuen Nachrichten, die wir erhalten werden. Ich habe schon hintenrum ein bisschen gehört, dass es ein paar Neuerungen gibt, die schön für uns Europäer sind. Ich freue mich drauf. Danke. Ja, da habt ihr auch allen gewundert. Und ihr daheim auch. Und wir melden uns dann später wieder von der Welcome Reception. Bis dann. Ciao.